Jo Leute, ich sitze in der Schule und ich nur so brauche, was das für ein Tageslichtprojekt ist in 2023. So ging es mir und meinen Freunden auch. Deswegen setze ich unsere Partei genau dafür ein. Wir wollen nämlich, dass das Bildungssystem komplett modernisiert wird, damit ihr nicht mehr mit der alten Technik und dem alten Unterrichtsmaterial arbeiten müsst. Wir kennen das nur, wenn die Bildung modern ist, wie ein starkes Beispiel schon haben könnte. Deswegen modern für heute. Schaut beide mal gerne mal auf unserem Discord-Source vorbei, Link ist in den Kommentaren angepinnt.